Man glaubt es ja nicht. Ich komme aus Süddeutschland. In Schraubenhagen. Es regnet es kurz vor Streisung. Ich habe natürlich überhaupt nichts dabei. Dieses Mal habe ich eine lange Hose und eine Jacke dabei. Darauf habe ich jetzt geachtet, ja. Aber eine Regenjacke und Schirm habe ich natürlich nicht dabei. Aber eine Regenjacke. Ich habe das, dass ich nicht dabei bin. Ich habe das, dass ich gerade mit der Liga hermache bin. Ich nehme es dazu.